Hi und herzlich willkommen zum neuen Daily Shop Video auf meinem Kanal. Oh mein Gott, heute sind neue Skins drin. Mega geil, so Tieftaucher-Skins. Ja, Tiefe macht oder wie er heißt. Ziemlich cooles Backpack, auch richtig cool, hier mit so einer Kacke. Der Kacke gefällt mir auf jeden Fall ziemlich toll, also gut, empfehle ich auf jeden Fall zu kaufen. Dann haben wir noch den männlichen. Männliche ist nicht so toll, weil das Backpack hier, diese Kacke, sieht nämlich ziemlich, ist besser als das hier, finde ich. Also sieht besser aus, aber trotzdem ist der männliche auch nicht schlecht. Dann haben wir noch die Krakenhacke. Ziemlich cool, die Hacke, 500 V-Bucks, kann man sich gönnen. Dann haben wir noch Naut-Luss, oder wie es heißt. Finde ich mit diesen Bewegungen voll cool. Man sieht auf jeden Fall, dass die Skins, also an den Skins, dass Season 8 vielleicht was mit Wasser wird. Weil es Eis, ich glaube es auch, das Eis wird so richtig schmelzen, dann ist alles unter Wasser, komme ich mir so vor. Ziemlich cool, den Gleiter, würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Dann haben wir noch den Coluxiaili, Heli. Ja, 1,200 V-Box ist nicht schlecht. Würde ich mir auch holen. Also der ist auch empfehlungswert. Ja, könnt ihr euch holen. Ich würde den empfehlen. Dann haben wir auch noch eine neue Hacke. Die Klammerkeule. Richtig coole Hacke. Sieht vom Design richtig cool aus. Auch der Sound, der ist richtig sick. Auf jeden Fall, diese Hacke kann ich lieber empfehlen, als diese Hacke, weil die hier nicht so cool aussieht. Da sieht diese schon, weil die sich so halb bewegt hinten. Diese Krakenhacke sieht mega sick aus. Würde ich auf jeden Fall lieber empfehlen. Kostet nur 300 V-Box mehr. Aber dafür ist sie richtig, richtig gut. Auch der Sound gefällt mir sehr, sehr. Dann haben wir noch Hickdreise Trooper. Ein Ben mit braunen Haaren. Gefällt mir jetzt nicht so doll, aber ist auf jeden Fall schon preiswert. Würde ich auf jeden Fall an der Stelle auch empfehlen. Dann haben wir noch einmal die Battle Pass Stufen. Einmal 500 XP und 10 Battle Pass Stufen. 600 V-Box ist ihm ein Angebot. Das heißt, holt euch unbedingt. Wir haben hier noch Wellen Gang. Auch ziemlich cool. Passt auch zu den Skins zum Thema und so. 500 V-Box könnt ihr euch holen. Und dann haben wir noch einmal die Chromatik, neue Waffen-Skin. Ziemlich cool. Haben wir einmal hier das Quad. Ein Sturmgewehr. Pump-Garn. Maschinenpistole. Sniper. Auch an der Sniper sieht richtig, richtig gut aus. Dann haben wir noch einmal die Diegel als Pistole. Und dann haben wir wieder den Waffen-Skin. Ziemlich cool. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Waffen-Skin. Ja. Und heute lade ich vielleicht auch noch ein Video von Steve hoch. Wer nicht Steve kennt, das ist so ein Skispiel. Würde ich einfach mal euch empfehlen, auf YouTube da nachzugucken. S-T-E-E-P. Würde ich auf jeden Fall euch empfehlen. Vielleicht lade ich heute ein Video hoch. Und ich mache heute zu 100% noch einen Livestream. Ich muss mal ganz kurz gucken, wann ich das mache. Ich würde mal sagen, ich mache einen Livestream um 15 Uhr. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Das schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Und dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann vergesse ich die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video auf diesem Kanal verpasst. Und ja, dann sehen wir uns nachher beim Streamen. Kommt unbedingt vorbei. Und dann, ciao, ciao, bis nachher.